Hier bekommen Sie nicht nur ein Lächeln geschenkt. Wir bieten die Leistungen der IHK Köln vor Ort an, die die Unternehmen an Rhein und Erft brauchen. Wir, das ist die Geschäftsstelle Rhein-Erft, das sind hochmotivierte Menschen, die sich für die Wirtschaft in der Region einsetzen. Zum Beispiel durch Standortpolitik. Die Geschäftsstelle Rhein-Erft gibt der Wirtschaft eine starke Stimme. Wir kennen die Situation vor Ort und die Belange der Unternehmen. Wir sind im ständigen Austausch mit den Entscheidungsträgern und wenn die Städte ihre Pläne ändern, setzen wir uns für die Unternehmen ein. Da geht es um die Themen Infrastruktur, Gewerbeflächen oder auch Standortkosten. Damit einher geht das Thema Fachkräftesicherung. Das betrifft annähernd jedes Unternehmen, auch im Rhein-Erft-Kreis. Und genau da ist die IHK Köln im Rhein-Erft-Kreis der richtige Ansprechpartner. Kostenlos und neutral beraten wir die Unternehmen in individuellen Gesprächen vor Ort bei allen Fragen rund um das Thema Fachkräftesicherung. Ganz wichtig ist in der Region das Thema Ausbildung. Die Ausbildungsstellenvermittlung führt gezielt Betriebe und Jugendliche zusammen. Die IHK-Mitarbeiter beraten die Unternehmen in den Betrieben. Dafür sind sie von der Geschäftsstelle aus im ganzen Kreis unterwegs. Jetzt stehen zwei Kundentermine an. Es geht darum, die Voraussetzungen von der Ausbildung zu klären und da mache ich mir immer gerne ein eigenes Bild von den Unternehmen vor Ort. Die IHK veranstaltet selbst Weiterbildungsseminare, Unterrichtungen, Lehrgänge und weitere Formate für Unternehmen und Azubis. Dafür stehen uns moderne Seminarräume zur Verfügung, die wir auch für Workshops und Gremiensitzungen nutzen. Hier entstehen neue Ideen und Projekte für die IHK-Arbeit. Die Aufgaben und Angebote werden beständig weiterentwickelt, um optimalen Service zu bieten. Wir beraten umfassend im Bereich der Existenzgründung. Wir informieren über Möglichkeiten der Finanzierung und unterstützen bei der Suche nach einem Nachfolger. Und wenn ein Unternehmen mal in der Krise steckt, auch dann stehen unsere Türen jederzeit offen. Die IHK Köln bringt in Rheinerft Menschen zusammen, vernetzt Schulen und Unternehmen und fördert den Dialog zwischen Politik, Verwaltung und Wirtschaft in den zehn starken Städten des Kreises. Vieles in enger Partnerschaft mit Verbänden, Wirtschaftsförderern und anderen Institutionen. Eine zentrale Rolle spielen die beratende Versammlung und die Wirtschaftsgremien der IHK Köln, in der sich Unternehmerinnen und Unternehmer ehrenamtlich für ihren Standort engagieren. Das alles ist die Geschäftsstelle Rheinerft. IHK Köln, nah bei den Unternehmen und in der Region verwurzelt. Freundlich, zuverlässig, kompetent. Die IHK Köln vor Ort für einen starken Wirtschaftsstandort, konkurrenzfähige Unternehmen und eine wachsende Region.